Dieser blöde! Dieses blöde Rennen! Ich mag das nicht! Ich hab keine Lust mehr das zu machen! Nein! Das ist ja auch so ein Scheiß gewesen! Alter, das Rennen war wirklich scheiß! Ah! So, ich glaub jetzt kannst du, jetzt hast du ja eigentlich alles, ähm, raus, und dann, also mit Literschwingen rausgehen, und dann, ähm, Chateau Romani kaufen gehen. War ich jetzt wirklich überall? Müsste, fast. Du musst jetzt noch einmal den Palast umdrehen, um... Also ich weiß, dass es drei Thronen gibt, die ich auf jeden Fall nur auf den Kopf kriege. Du musst noch einmal den Raum auf jeden Fall, also du musst egal wie, noch einmal komplett umdrehen, bevor du, glaub ich, weitermachst, und dann musst du ihn noch mal umdrehen, um weiterzukommen. Und dazwischen können wir jetzt, ähm, Magie holen. Unendliche Magie. Okay. Das klingt nach einem Plan. Ein Plan! Ab und überlege ich auch, was ich sage. Also es ist nicht alles, es kommt nicht alles ungefiltert raus. Im Großteil, aber nicht alles. Ein Teil ist echt so überlegt. Hm. Dann kannst du mich auch noch in die Stadt, äh, in der Stadt zur Fee und dich da heilen lassen. Ähm, sag mal, die Eulenstatue kriege ich aber auch so, oder? Hä? Wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt wegfliege, dann... Ja, du hast... nicht. Nicht, dass das Ding dann umlaufen auf den Kopf wird sie nicht hierher kommen und zurück. Doch, klar. Hä? Was man, was du dir gesanken machst. Ja, ich denke halt logisch, meine... Wenn die auf dem Kopf wäre, dann wärst du ja auch richtig rum auf dem Kopf. Ja, dann würde ich runterfallen. Quatsch. Ja, die Spielmechanik ist so klug, die Eule umgedreht zu lassen, aber sie ist nicht klug genug, wenn du dann dahin fliegst, dich auch umzudrehen. Ich hab die Eule ja nicht gesehen. Ich... es war kurz... was ist du? Es war ein kurzer Leck irgendwie. Ich hab die Eule ja nicht gesehen. Ja, wenn du jetzt zurückfliegst, deswegen gibt's wahrscheinlich auf dem umgedrehten Modus keine Eule. Wenn du jetzt zurückfliegst, gibt's halt nur im... richtigen eine Eule. Also, das war hier, ne? Ja. Oh, ich wollte schon sagen, irgendwie... hoffentlich kommt jetzt nicht... ja, äh... wir haben die... geschlossen. Achso, wo muss ich das machen? Bei dem hier, oder? Ne, bei Katsch, bei dem hier. Beim Bartender. Äh... Eintrinken. Was darf's sein? Normale Mischatur Romani. Mischatur Romani! Deine Flasche wurde mit Edmischatur Romani angefüllt. Ein Schluck von diesem... dieser cremigen Köstlichkeit füllt deine Magieanzeige wieder auf. Dein magisches Durchhaltsvermögen wird darüber hinaus gestärkt. Lass deinen Gaumen von diesem Edlengelie... und Schmacklikosen. Oh yeah, baby. Das kann ich jetzt einfach trinken. Richtig. Ist schon praktisch, dann? Das ist besonders, äh, auch für den Endpost nochmal sehr praktisch. Ja, das hast du ja schon erwähnt. Schmeckt scheißlich. Und jetzt kannst du Magie verballern, wie du willst. Okay, dann tue ich jetzt ab sofort nur noch Magie benutzen. Nein. Ich würde nur noch Magie benutzen. Oh, ich bin ja auch komplett aufgeheilt. Echt? Mhm. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So. Felsenturm. Juhu. Das sind wir bestimmt umgedreht und glütschendes Spiel und... Ja. Das hat bestimmt noch nie... Das hat bestimmt noch niemand versucht. Ja, klar. Siehst du, es ist umgedreht. Mhm. Jetzt fahre ich nach oben. Äh, ich muss das jetzt ja nochmal machen. Du brauchst eigentlich nur den zu finden, der die Mitte öffnet. Ah, ne. Stimmt, Quatsch. Wir müssen ja jetzt gerade rein. Das war's nicht. Was machst du? Das ist falsch. Wieso hörst du nicht auf mich? Weil ich denke. Was denkst du denn? Dass ich denke, dass es immer noch richtig ist. Du denkst, dass wenn du jetzt einen anderen Schalter drückst, dass der dann hoffentlich richtig nachgeht. Aber wenn es jetzt der dritte ist, dann kommt der zweite nie richtig hinterher. So, und du hättest erst den rechten machen müssen. Und? Wo ist das Problem? Ja, okay. Ja, okay. Aha. Das wolltest du jetzt genauso machen. Das wollte ich genauso machen. Mhm. Das ist in der Tat so, weil ich hab das jetzt irgendwie noch vom letzten Mal im Kopf. Man könnte auch einfach unten rechts und vorne machen. Das wäre natürlich nicht einfacher oder genauso einfach. Nein, dann muss man nämlich dazwischen nochmal auf einen anderen... Du, ich hab das Rätsel beim ersten Mal verkackt. Ich hab mir gemerkt, wie es sein muss. Und da ich den in der Mitte lassen konnte, hab ich den auch in der Mitte als erstes gedrückt. Weißt du? Ja, 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 ja. Es ist einfach so. Das wirst du in meinem LP sehen, dass ich das hörte. Ja, nee, ich glaub dir das. Aber das ist nicht die... Ja, es ist mir egal. Ah, aber bist du jetzt so pissig? Ich bin nicht pissig. Es ist mir egal. Es ist meine Lösung. Es ist egal, weil ich es jetzt geschafft habe. Punkt. Ja, ja, klar. Aber ich bin so... Ich will die richtige Lösung. Wie wäre denn die richtige Lösung gewesen? Kannst du mir ja mal erzählen. Rechts, unten rechts, unten links und dann oben. Also Ben und dann, wie heißt der andere? Peter und dann Horst. Also erst dort, dann dort und dann dort. Richtig. Aha. Komische Lösung. Wieso? Du holst zuerst den, den am weitesten weg... Also der, der am weitesten weg muss her. Dann den in der Mitte und dann den ganz hinten. Da finde ich jetzt nichts komisch. Nichts komisch. Ich finde es komisch, jemanden zu holen, den du nicht brauchst. Dann einen anderen zu blockieren. Dann... Nee, erst einen zu blockieren. Dann den wegzuschieben. Dann weg... Also zurückrücken zu lassen. Dann den dritten zu holen und dann wieder den anderen nach vorne schieben. Hör mal so ab. Wo ist denn die Schatztruhe? Ach ist die, wenn wir jetzt... Die ist ganz unten, ja. Die ist auf dem Symbol unten. Und wieder so ne kack schöne Bombenmaus. So ne schöne kack Bombenmaus. So, das ist jetzt meine Fee. Jo. Es müsste 13 sein oder 12? 13. Ich hab ne Kiste aufgemacht, du Spaten. So, verpiss dich mal hier. Hier, friss ein Pfeil. So. Okay, das war jetzt eine von den Kisten. Warte mal, wie viel haben wir denn jetzt noch? Das sind jetzt noch da zwei Kisten und... Dann unten, glaub ich, noch eine. So, den großen Schlüssel hab ich schon. Das heißt... Es wird wahrscheinlich noch ein kleiner Schlüssel sein und zwei fehlen. Ich brauchte nur noch zwei fehlen, ja. Ja, zwei fehlen kommt hinten. Kleiner Schlüssel. Ich würde auf jeden Fall wieder dann, ja genau hier nach rechts, wo du auch lang gehen willst. So, hier ist auf jeden Fall auch erstmal wieder irgendwo die Truhe gewesen. Jo. Tja. Wo ist denn deine Truhe? Die Truhe ist jetzt entweder unten oder oben. Ah, ich dachte, die war unter Wasser. Ah, ja. Ah, mein Gott. Ich komm ganz durcheinander mit dem ganzen Scheiß hoch runter. Wasser da, Wasser nicht. Das ist gar nicht kompliziert. Nö, es geht eigentlich. Das ist richtig. So, das ist jetzt auch noch eine Fehl. Jo. Das war jetzt nochmal... ... 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 Habe ich gemerkt. So, und dann ist hier die vorletzte Truhe, die mir noch fehlt. Ja. Und da ist jetzt ein Schlüssel drin. Nein. Ein zweites Dungeon-Item. Das eine große ist und du schon alles hast. Ja, muss ein zweites Dungeon-Item sein. Und das wird was sein? Ähm, jetzt weiß ich es nicht. Eine Maske. Die Maske des Giganten. Okay, darauf werde ich nicht hinzukommen. Die Kraft eines Riesenschlimmers in dieser Maske finde, weil die Gegner für diesen ... ... wendigen möchte. Okay, Moment mal, dann fehlt mir jetzt exakt noch... ... 5, 2, 3, 4. 5 Masken. Das hier ist, wo ich drauf bin, ist ja auch noch eine. Und das wird wahrscheinlich Majora's Maske sein. Ja, sagen wir so, du kriegst die, kriegst du erst ganz ganz zum Schuss. Ja, das hab ich mir schon gedacht. ... ... ... 4 Masken, die dir dann fehlen. Davon kriegst du 3 in der Riesen-Quest. Und ich hab jetzt eine ganz dumme Befürchtung. Wir müssen hier rum nochmal drehen. Auf jeden Fall, wenn du die Fee haben willst, ja. Die Fee will ich haben. Wir könnten aber auch jetzt einfach den Boss machen und dann nochmal reingehen, also ... Ja. Für den Boss muss ich jetzt einfach da hoch, ne? Äh, ja. Ja. Da musst du dann mit Mentorhaken hoch und dann ... ... ich glaube, mit Mentorhaken hoch. Ja, die Fee holen wir uns ja auch noch. Die Feenquelle weiß ich ja schon, wo sie ist, ne? Ja, aber es ... ... dürfte kein ... ... Problem sein. Ähm. Oh. Äh, ja. Achso, ich soll jetzt ... Zweiter? Haken? Ja, das hab ich mir auch grad ganz so gedacht. Ist ja nicht so, als wenn die groß und weiß und nicht schwarzen ... ... ... ... ... ... ... Da ist die Boss Tür. Oh. So. Ich glaub ... 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 Ich würde die Flasche ausrüsten, falls jetzt fehlkommt, dass du die nicht durch Zufall vielleicht nimmst. Weil der nächste Boss ist... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich den als schwer oder einfach einspüchen soll. Wenn du dich anstellst, dann ist er schwer. Und da du dich auch... Du kennst mich, ich stell mich niemals an. Ja, deswegen habe ich die Befürchtung, dass er schwer werden könnte. Ach, das wird schon... Warum nicht mal eine Maske, eine Vieh drin? Ja, egal, ich hab' noch zwei. Wenn ich eine Vieh, doch eine Vieh. Ach so, der Bossraum ist der selber, warum ich schon mal einen Bosskampf warf. Mhm. Entschuldigung, der Bossraum, wo eine Kiste da mit ist. Okay. Es ist eine ungute Vermutung, dass ich da rein springen soll. Ich weiß nicht, warum, aber... Ähm... Ja, das ist Bossraum. Los, hüpf' runter! Ja, ich weiß nicht, warum... Ja, ich weiß nicht, warum... Ja, ich weiß nicht, warum... Ja, ich weiß nicht, warum...